Waffenstillstand einlassen, solange wir den Reifen wechseln? Dazu musst du sie mit dem Schießeisen verwegen. Also nicht, dann gibt's nur noch eine Alternative. Und was ist das? Du bleibst hier im Auto, opferst dein Leben für deinen Freund und ich versuche zu türmen. Ich kauf dir auch einen Bildschönen, Kranz. Verzichte, sowas machen nur Helden. Und du weißt, ich bin kein Held. Nein, du bist ja ein Lord, ein Lord Segel durch Locher. Halt mal an, die Blechschleuder, wir steigen aus. Halt mal an, die Blechschleuder. Das ist ja ordentlich hier, ne? Na ja. Hier, nimm mal die Flak. Das ist Jan Engelmacher, wo hast du denn den hin? Sowas beziehe ich im Großhandel, 20%. Leerer, Kleber. Da sind sie auch schon. Lass ihn näher ran, als sie mehr davon haben. Weißt du, was sie geben? Natürlich, Fersengeld. Hey, Lord, ich ziehe die Mütze. Die haben es ja mit einem Mal so eilig. Na, vielleicht haben sie in der Kantine gegessen. Ich hab einen getroffen. In dem Punkt der Irrenleutschaft, ich hab ihn getroffen. Nein, ich. Er hat doch mit der Schulter gezuckt. Die ich treffe, zucken immer mit der Schulter. Wir warten. Ja, noch ungefähr eine Meile. Was meinen Sie, ob wir schon über die Grenze rüber sind? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist das der Weg, den früher die Schmuggler gegangen sind. Na, ob ich das noch durchhalte, weiß ich nicht. Ist doch keine Frage. Daniel. Daniel. Ja, er träumt hier. Was ist denn? Sieh doch mal. Die Eingeborenen werden schon wieder unruhig. Wie viel sind es denn? Sieben. Du sollst nicht lügen, es sind sechs. Es sind sieben. Sechs wetten. Um 100 Dollar. Sechs. Zähl nach. Nimmst du auch einen ungedeckten Schick? Kommt dir doch nur. Nimm du den mit dem kleidsamen schwarzen Hütchen. Herr schwarze Hütchen, das ist doch etwas Ekelhaftes.